also dann 3 2 1 und los wieder tankdown dmp in 4 sekunden dmp kommt ich habe schon wieder auf dieses blöde fast geschossen hier vorne passiert mir so oft dmp nochmal alter echt die blutung hat mich echt noch erwischt so blöd ja danke voll bescheuert der mp ist aber noch ausgegangen oder ja der eine controller ist oben links drauf ich werfe granate drunter erst runter gesprungen hinten das der nut einfach liegen nach können wir in der nächsten runde ja ja haben wir geglaubt ok weiter ja seid ihr alle da ich mach auf ja wirfst du dein deco da vorne in die kante oh nicht zu weit ne ja gut einer sehr lang sehr weit hinten jetzt habt ihr alle die heavy gun aufgeladen die munition und keiner benutzt sie weil die sonst immer sich perfekt umringlich macht ja ja machen wir einfach mal passt ah kalt kann es gleich aufbauen im sniper hinten habe ich aber der wurde nicht geblendet ok warum auch immer mal alter guck doch bitte hoch jetzt ja ja ich glaube ich habe gleich ein pool im flur mehr scheiße gehe ich nicht durch oder okay denke wie immer bisschen scheiße dann machst du auf beim auftreten hmm um attackdown 1 1 1 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 3 Hey, unser Lieblingsraum. Mhm. Kannst gleich aufmachen, wenn du in der Tür bist. Jo. Ich hab noch PZ noch frei. Komm! Pass auf, links ist ein Gelber. Ich bin der Fisch! Ich bin der Fisch. Down. Down. Wir kommen gleich um die Ecke. Feier gleich wieder raus. Ach, dammit. Sehr schön. Jo, stehen alle da, wo sie sein sollen. Ist gut. Okay, die Firefly ist mal einfach in die Wand geflogen. Warum auch immer. Ja. Sorry für die Firefly. Hinter dem. Draußen. No. Einfach an ihm rumgerollt, damit er abgelegt ist. Nein, Freeset kriegen wir nicht hin, ne? Scheiße. Ne, leider nicht. Da müsst ihr leider mit leben. Können wir nicht irgendwo Out of Dingens gehen? Ne. Wir sind nicht überwünscht, ja was. Wir sind nicht überwünscht, ja was. Ich habe ein Target. Geht raus. Feuer! Feuer! Den Nader links unten. Ich bin zufrieden. Ja, ich schock den gerade, den gelben da. Eine 10 ist down. Mach den einer weg, da unten an der Rolltreppe. Ja, und ich sehe die. Ich bin nicht. Kommt vielleicht so ein Snailswim von dem. Ich sehe ihn nicht. Ich habe den roten. Achtung. Kayafly ist raus. Erster Backpacker ist down. Beide down. Einer ist down. Einige Menschen. Beide sind down. Die Auto Rupo. Beide sind down. Oh, okay. Können wir gleich machen nächste Runde oder so oder danach oder danach oder 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 danach oder ganz danach oder oder später halt Wenn du gut spielst, ja, also nein, also Frage beantwortet Alles wie immer Ja, wir hätten gleich Lady Death mitnehmen sollen, wenn wir schneller durchrennen können Dann ist der Hypes und so ein Quark Dann am Puls zufällig an, kann da gleich einer einen einpacken, sonst für die nächste Runde DMP Die Spawn rechts Firefly ist aus Gucken wir schon mal in die Schock-Munition Der eine hängt in der Wand Ankläge, Nixer, komm, zack, Arm Tod Kannst mal nach vorne laufen Ja, ich mach's kurz Kannst reinkommen Dürfte kein Hunde rauskommen Der könnte im Winter gleich weiterlaufen Der eine, der weit vorne ist Ja Dachte ich mir Der ist weiter rausgekommen Als die einen Ich schieße halt angeblich gegen diese Plastik-Dunner Down Out 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 What? Woher sind die eine hin? Ich mach hinten den pinken, alles gut Ja Er will nicht Jetzt Das könnte eine ganz Okay Zeit werden Ja Jetzt nicht schlecht Auf jeden Fall So, wir wechseln Out I'll Das sind 3Dreams Exotic Weapon Gold, ja, ne? Vielleicht bitte einmal die Kette kaputt machen von dem Boss? Ah, musste der sich jetzt umdrehen, ey, war ja klar, ne? Oof. Stack back down. Kette. bei boss ich mal gespannt was schätzt ihr 18 ein bisschen schneller so 16